Komm. Nein, zu weit außen jetzt. Komm, Junge. Wie hat der Keeper den gehalten? Nein, Mann. Komm, Ball in die Mitte bringen. Irgendjemand muss sich den hochnehmen. Komm. Ja, der ist drin. Oh, what? Was ein Ding. Oh, nice. Ich dachte, er geht rüber. Ey, ich habe so oft in der Demo schon schöne Tore probiert. Ich weiß, wie schwer das jetzt zu einer reingeht. Man muss die eigentlich mit einem Time-Finish machen. Den haben wir auch noch zum Glück grün getroffen. Nicest Ding, Mann. Nice. Oh, mein Gott. Oh, nein. Alter. Alter. Tee. Wuuu. Oha, die zieht einfach Cristiano. Was? Alter. Ich habe gar nicht drauf gesehen. Richard, Ronaldo. Alter. Tee. Let's go. Er kriegt auch, ja, du foulst mich ja auch nicht. Das war mein Treiter Freistoß hier. Treiter. Treiter. Der Krust, der kann nix. Boah, er kann nix, sagt er. Der war rot, hast du gesehen? Ne, der war nicht rot. Der war rot. Nein. Ich habe direkt drauf gedrückt. Der war rot. Kannst du das nicht? Mach mal jemand einen Clip, Jungs. Der war safe rot. Der war nicht rot. Der war rot. Der war rot. Der war rot. Was wetten wir? Never give up 94. Wie geht's? gewesen scat음Cat. Oh, nein! Neeeein! Guck mal, wer hat die? Alter, der ist so stark! Jetzt kommt wieder so ne Pussycreechle. Ey, spring drüber! Der kann echt nicht faulen, der Typ. Der kann nicht faulen. Was? Was? Was ist das? Kann da einer einen Clip machen? Als ob das kein Foul war! Oh mein Gott. Mach mal bitte eine... Und das wird, glaube ich, die Situation sein. So was zu erkennen. Bro, come on! Hallo! Das war... What? Er hält ihn, er hält ihn, er hält ihn. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr YouTuber hassen diesen Trick Glaubt mir, ihr werdet diesen Trick auch hassen Weil es ist schwer zu verteidigen Und dieser Trick ist echt gut Lustig, ich wollte ihn gerade in dieser Situation nicht machen Aber im 16er, wenn ihr diesen Trick könnt Ich muss unbedingt herausfinden, wie dieser Trick geht, Mann Was ist los mit dir? Ach Gott, Freistöße Den kann ich ja nun mal gar nicht Sag mal, ich will jetzt mal ein Tor machen Oh, die Tore sind geil, Mann Die Tore sind geil Der höchste Single Cheer Meines Kanals Was ist das für eine Animation? Nur alle, danke für 48 plus 4 Bits Ich habe keine Ahnung, woher diese Animation kommt War ein schlimmer Fee-Pass War ein schlimmer Stall-Pass Alter, was ein Tor Stark gespielt Niemals gedacht, dass aus dem Winkel Mal ins Tor gehen könnte Schau mal, ich war jetzt nur noch selber Alter Mann, nee, du OP-Kind Ja Geht doch Anstoß-Bug Ist real Warte mal, den will ich auch nochmal ausprobieren Der Kopf war größer als mein ganze Glatze Als meine Vorstellung Ich habe gedacht, der will mich, der will mich Ich habe gedacht, er will zu viel Ey, das VR, Leute Pay to win ist nur in eurem Kopf Freunde, ich würde euch gerne was anderes sagen Aber wirklich, in diesem Jahr Ist, glaube ich, Pay to win noch krasser Als letztes Jahr Das merkst du schon hier in der Demo Wenn du mit Mbappé oder Neymar am Ball bist Das ist komplett andere Welt Da kann selbst die Manné nicht mithalten Ja, wir haben ja die Beta auch gespielt Das ist anders Also wirklich komplett krank Also Ich würde euch gerne echt was anderes sagen Aber Pay to win ist real Ist sowas von real In diesem Jahr Bis zum nächsten Mal